E-Ga! Das war eine Falle! Finsteraure! Glurak, weich aus! Magnetan? Blitzkanone! Glurak, trell, Flammenwurf! Psychokinese? Glurak, nein! Die Pokémon erhalten ihre Befehle aus der Ferne. Ihr Trainer will im Hintergrund bleiben. Ist das etwa alles, was sie zu bieten haben? Wie enttäuschend, dann beenden wir es. Megalon, Psychokinese! Feuere so stark wie du kannst, jetzt Meteor-Strahl! Schätze, mir bleibt keine Wahl! Glurak, bereit einen Schritt weiter zu gehen? Ein Tera-kristallisiertes Glurak. Mit seiner Änderung zum Typ Unlicht. Und hat es dafür gesorgt, dass Attacken vom Typ Psycho keine Wirkung mehr haben. Los, Glurak! Tera-Ausbruch! Der Kampf ist vorbei! Hör auf mit deinem Versteckspiel! Zeig dich!